Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zu einem Häppchen 2005 und zwar zu dem 83. Vlog und zwar ich habe gerade mein Zimmer ein bisschen aufgeräumt. Es ist gerade wieder Samstag und zwar haben wir heute den 15. und ich drehe jetzt vielleicht öfter Samstags einen Vlog und sage das Handy hier, lass mir hier mal die Zeitleining, lass für diesen Vlog unbedingt einen Daumen nach oben da. Vergiss meinen Kanal nicht kostenlos zu abonnieren. Ich habe hier so eine Technik. Hier die ganze Zeit drin habe ich so viel Technik und hier habe ich nur sowas drin. So ein paar Minecraft Bücher und so viele Stifte, die ich gesammelt habe wie Rewe und so weiter. Ich habe so viel Zeug hier drin. Ja und zwar wir müssen jetzt erstmal hier mein Bad lüften. Mache ich jetzt auch gerade. Ich mache mal kurz die Tüte zu Ihnen, da wird es so kalt. Ja und zwar jetzt habe ich heute diesen Vlog vor, wie es mal Ding zu machen oder so. Wir können ja nie zu viele Hausen machen, weil es so kalt ist. So, das ist mein schönes Windrad. Ja, mein schöner Windrad. Funktioniert einwandfrei. Ähm, Moment. Oh, wie haben Sie das hier? Ich habe das mal kurz geschlossen. 9.52 Uhr. Bin heute 635 Schritte gelaufen. Ja, so. Geht's weg. So. Ja, was ist denn? Das ist ein Computer. Das ist mein Lenkrad. Hier muss man unbedingt aufrufen. Denn das mache ich jetzt mal. Ich stelle mal so hier ab. Dann könnt ihr nämlich sehen, wie ich das mache. Leider ohne Zeit drauf, weil ich kann, weil ich, wenn ich mit YouTube aufnehme, kann ich nie so viel. Ich kann ja keine Videos machen. Ja. Und alles hier rein wieder. Was habe ich denn hier? Ich habe hier einfach einen 10-Euro-Schein gefunden. Spielgeld. Aber jetzt räume ich mal alles wieder hier rein. Muss man unbedingt so viel sortiert werden. Jetzt habe ich hier noch ein paar Sticker und so. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Sticker, so viele. Weil ich auch alle hier rein war. Ich brauche mal jetzt mal wieder erstmal ein bisschen Ordnung, weil es ist so voll gemüllt hier. Ja. Toll. Aber jetzt, ich dachte, mein Puzzle wäre auch... Ich glaube, kann ich auch mal ein paar Zeug, die Sachen hinlegen. Ihr könnt bei mir auch Puzzle kaufen, wenn ihr wollt. Ich habe hier ein richtiges Spielwarengeschäft. So, meine Freunde. Was ist das denn hier? Das ist gar nicht mal. Ach, das war eine gute Bedienungsanleitung. Das ist ein Bild aus London, weil ich mich mal fotografiert habe. Wollt ihr es mal kriegen? Ich zeige euch das mal. Dieses Bild habe ich mal fotografiert. Ja. Mach mal kurz dieses dann. So. So. Ich habe so viele Spiele hier. Minecraft-Tassen und so. Ja. So können wir ein bisschen verordnen. reinlegen, hier mal. Ja. Aufgeräumt. Ganzen Schubladen. Die können nicht mal richtig aufgehen, weil es ist alles so vollgeräumt. So. Ja. Hier liegt auch ein paar Stifte. Und noch so ein paar Zettel und so. Ich habe hier noch eine Flöte und so. Alles. Ich habe hier noch eine Urkunde. Ich will die euch nicht zeigen. Ich lasse nicht da. Ein bisschen Datenschutz. Also. Hier ist noch so eine Kirche. Wollt ihr das hier mal haben von Meckes? Und dann noch so ein Schlüsselband hier. Das war brauche ich nicht. Das lege ich hier rein. Ich war so viel im Legoland. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben Mal. Ja. Ich mache mal mein Bett wieder richtig. So. Ich lege euch mal kurz hier ab. Hier ist ein Spiegel. Da sieht man mich. Ja. Ähm. Was ist das denn hier alles? Braucht das jemand hier noch? Biberach? So Freizeittipps hier. Ich kriege mal alle hier oben. Ich habe es so viel hiervon. Ich habe es so viel hiervon. oder so. Ja. So. Leute. So ein PC. So Freunde. Ja. Ja. Ich bringe mal kurz die Flasche runter. So. Ich bringe die mal kurz runter. Was ist das denn für eine Hose? Das habe ich euch glücklich. Was das hier für eine Hose ist. Das ist eine Sicherheitshose. Also diese Hose habe ich aus dem Waffenladen. Die ist so sicher. Das heißt also falls mich jemand hier so richtig schlägt. Oder tritt oder boxig. Ich weiß nicht. An diesen Hose passiert mir nichts. So viel. Ist besser als eine Hose. Weil. Kann ja auch nicht so richtig viel brennen und so. Weil das ist feuergeschützt. So. Die Hose ist so angenehm. So. Und dieses Ding hier. Hilft mir auch. Weil. Dieses Ding informiert mir meine drei Freunde. Also. Freunde informiert dieses Ding hier. Weil. Da habe ich hier drin was reingeschraubt. Das kann ich euch nicht zeigen. Weil sonst das Ding ja kaputt ist. Die Achterbahn ist ja auch kaputt. Muss ich auch mal mich wieder dran setzen. Und reparieren. Weil wenn ich das Ding hier hochfahre. Geht nicht. Das Ding sitzt ja nicht mal richtig hier dran. Und das kommt nicht da dran. Shit. Jetzt habe ich das ganz kaputt gemacht. Ich setze mich da gleich dran. Das war es mit dem. Ja. Das war es mit dem Vlog. Und ich will jetzt das Video beenden. Würde ich jetzt sagen. Dann müsst ihr es fahren mit dem Vlog. Und wenn ihr euch einen Daumen nach oben gebt. Vergesst mich nicht kostenlos zu abonnieren. So. Und ciao.